Jetzt schalten sich die meisten wieder ab, weil wir gar nicht so viel Abwasserklärung brauchen. Was ist hier? Reparatur? Außer Betrieb. Es laufen aber sehr wenige momentan. Ich schaffe es, ohne dass jemand mit euch fliegt, Geld zu produzieren. Wie war es nochmal? Du erkennst deine Flugzeuge deiner Airline in einem hohen Spritverbrauch. Gib Gas. Wir fliegen mit Überscheil. So schön mit Afterburner, wo die dann 13 Liter die Sekunde brauchen. Nein, wir haben einen Marder schon. Ist auch schön, ich habe einen Erdbebensensor, den hier an einen sehr guten Platz positioniert. Ja. Das ist in der Tat ein sehr guter Platz. Ich habe noch einen anderen irgendwo. Guck mal hier, der ist glaube ich auch ganz gut da. Ja. Warum stehen die so praktisch? Damit die Vibrationen in der Erde erkennen. Wenn eine Bahn vorbeifährt. Ach Quatsch. Die stehen da gut. Ich finde es auch geil, wie man in dem Spiel Tatsache Funklöcher bekommen kann. Guck mal hier, da oben steht der Sender und das hier ist alles Funkloch. Oh. Und das hier auch. So cool. Ja, aber weißt du, dass allein die Berechnung gemacht wird, anstatt einfach hier einen Radius rumzulegen und dann sagen, grün. Wird berechnet, von da kommt er nicht dahinter. Hast du eigentlich schon mein Fusionskraftwerk gesehen? Ja. 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 Es produziert sau viel Strom. Ja, es ist schon... Nachtspeicher, wo ihr das speichert. Was? Wieso Nachtspeicher? Das macht keinen Sinn. Fusionskraftwerke können 24 Stunden durchlaufen. Das einzig... Aber du könntest es ja nachts ausschalten und den Strom, den du... Wie wär's... Das wird bei denen vielleicht Sinn machen. Also das ist ein Solarkraftwerk. Ja, aber du brauchst so viel Strom, den du nicht brauchst. Ich glaub, das speichert sogar. So. Ähm... Wir könnten noch ein bisschen mehr Wohngebiet gebrauchen, ne? Das ist übrigens das komplette... Achso, du weißt das ja eigentlich alles. Das ist das europäische Viertel. Sieht eigentlich auch voll nice aus. Nice. Nice! Arsch! Guck mal, ein Flugzeug. Ich dachte, graue Wolken. Warte. Ellipsie-Warnung. Ellipsie. Epilepsie. Fresse. Warte. Wir werden alle unförmige Kreise. Warte. Und... Toll. Jetzt sind wir alle Ellipsen. Versuch noch was zu finden, wo es so richtig... Wir sind alle Ellipsen. So, wo ist die Facecam? Da! So. Ich glaube, hier ist das Öl auch langsam drunter weg. Ah komm, wir bauen noch irgendwo ein paar Wohngebiete hin. Was ist denn hier passiert? Hier will keiner einziehen. Frechheit. Arbeitergebiete brauchen wir momentan eh nicht. Ihr könnt ausziehen. Irgendwie stört mich das hier total. Pfff. Danke. Baue sie genau wieder so hin. Weiße. So. Dann glätten wir das mal ein bisschen und dann dürfte dieser Fehler... Ich hab ne Idee. So. Könntest du bitte nicht umfallen? Ich fall doch gar nicht um. Klingt aber immer danach. Guck mal hier. Was ist das denn? Warum? Eine Bodenwelle. Eine was? Eine Bodenwelle. Brücke. Eine Bodenwelle. Brücke. Finger weg. Mein Fluffhaar. Habe übrigens am Mittwoch einen Friseurtermin. Doch. Doch. Zeit die Fresse. So. Äh. Felix wie sieht es aus dein... E-Solaris von V-Max von 120 und eine Runde Autobahn? Naja. Ich weiß nicht. Meinst du jetzt wahrscheinlich, ne? Lilly könnte das ja machen. Ich trau mich grad nicht rüber zu gucken. Hahahaha. Ich glaub, sie sagt nein. Boah, was sagst du dazu? Sieht das nicht gut aus? Nach da oder nach da? Nach da, ne? Nee, ich hätte es ja ausgemacht. Wie gesagt. Mal direkt, soll ich mich trauen, so eine Kreuzung reinzumachen? Viel Spaß. Was ist? Ich hab nichts gesagt. Was? Nix. Das ist schwerhörig. Rembrandt. Jetzt kommt wieder Lehrer hate. Pass auf. Ich sag gar nichts. Was ist mit Simon? Hä? Mich wieder verwirrend. Ja. Wie immer. Du hast es dir in Frankreich so ausgesucht. Da kann doch keiner wissen, dass ich den verdammten Kassenzettel liegen lasse. Wie wär das? Kaufen sie niemals teure Elektronik im Ausland. Was? Mit Ausschalter? Ja. Ja. Aber ganz tief in mir drin. Ach, scheiße. Die suche ich besser nicht. So. So für alle die ins Bett gehen, eine gute Nacht. Eine angenehme Nacht. Ich halte Lilly hier gefangen und sie muss Videospiele spielen. Im Wirklichkeit spielt sie. Ja. Obwohl, ne, dann wäre das deutlich inkompetenter alles. Exakt. Weiß aber, was ich hier mache, ne? Naja. Mit der Maus sieht das so ein bisschen... Wenn man so alleine sitzt, ist das so völlig in Ordnung. Aber wenn einer neben dir sitzt... Naja. Schwurbel, schwurbel, schwurbel. So, jetzt bräuchte die natürlich noch... Oh, Grundversorgung ist schon drunter. Ich muss ja gar nichts machen. So. Ich leite dieses Video. Morgen gegen 17 Uhr auf meinem Kanal mit dem Namen Best of Felix spielt hoch, falls du Interesse hast. Okay, danke. Mach das mal. In Ordnung. Möchtest du sie speichern? Möchte ich Lilly speichern? Ja. Sch affa. Löschen. Ohhh. Mein Mologram. Du bist nur Daten für mich. Oh. Ich meine... er ist Vivian. Wer ist Vivian? Yeah. Falscher Livestream? Vivian? Ach so, die. Ja, ne. kurzsaison note was schöne ist ja immer noch eine waffe gegen ich habe nur eine nade in der hand und ich lege das bei ihr auf die haut und sie rastet total aus so passiert auch gar nichts eine natalophobie so da ist das geile lied wieder so mal so mal wieder warte mal komm wir machen mal wieder den hier die gute alte simcity musik oh sorry sollte zu whatsapp herzlich willkommen zu ihrem computer mit zwei monitoren die lernkurve dafür ist beträgt ungefähr fünf monate ja du hast ja noch gar keine erfahrung mit multi bildschirm die krieg aber auch noch nicht rein ich will keine bildschirme essen die liegen so schwer am magen das blei da drinnen was ist denn jetzt hier schon wieder los von dieter wisch nee ich komme auch gerade nicht auf den namen aber der tischkalender hat sich so verkeilt zur motivation ach komm das kann ja nicht sein nee die tischmeier ist der andere jetzt fast bernd stelter gesagt das macht ja noch weniger sinn torsten sträter torsten sträter ja genau mit der ebay eule ja eine der besten sachen die der jemals gebracht hat der jung so guck mal 1 zu 3 können wir jedoch machen das 1 zu 3 prinzip wir bauen hier mal ein bisschen bitte nicht verrecken so heute mal nicht in ordnung würdest du mich vermissen willst du eine ehrliche antwort oder eine die dir gefällt was willst du denn jetzt das kannst du mir doch nicht antun doch den dend an denen der lenden die rennen den den dünnen 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 diesen sahn Ich mache übrigens jetzt alles schon vierspurig. What? Hat er nicht gesagt? No. Vierspurig, 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 vierspurig. Vierspuriger Ausbau. Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Republic of Felix made it. Wir müssen jetzt wie an so einer Autobahneröffnung. Warte. Oh ja. Hast du eine Schere und Flatterband? Wir haben es zu viel gebracht mit diesem vierspurigen Ausbau. Schnipp. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Und wir haben die Mexikaner dafür gemacht. Und ich werde die Mexikaner dafür dafür machen. Verstehe mir. Pass auf, ich lasse sie einfach mal machen. Mal gucken, was passiert. Unfall. Sie sind saudämlich. Ich glaube, du hast eine Mücke hier drin. Wo? Ah, komm, halt die Schnauze. Sie sollen die Fresse halten. Hören Sie auf zu stöhnen. Außer im Bett. Ach, die gibt mir zwei Sekunden und dann waren da ich mal gerade zwei Meter, leg mich ins Bett. Ich würde dir das momentan nicht empfehlen, dich da reinzulegen. Das ist seit guten zwei Wochen unneu gemacht. Das muft richtig schön momentan. Aber da liegt ein Surface. Stimmt, da liegt noch ein Surface drauf. Könntest du bitte mein Surface in Ruhe lassen? Das ist komplett frisch aufgesetzt momentan. Das ist vor allem wieder schön schnell jetzt. Guck mal, da läuft es doch direkt besser. Guck mal, eine Ampel, die hier voll Sinn macht. Echt? Wir haben es geschafft. Fum, 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 fum. Und wir haben sie bezahlt. Ja. Er wird es bezahlen und er bezahlt und er bezahlt und er bezahlt. Er ist nicht. Das ist mein Sohn. Das ist Eric Kushner. So, diese unendlich große Liebe, die man in den Gesprächen rausführt. Bist du ruhig? Du sagst nichts dazu. Ich wollte gerade fragen, ob das wieder für WhatsApp war. Wenn ja, dann sollte er... Nein. Dann sollte er... Einfach mal so... Vielleicht... Aufhören, andere Leute abzustalken. Genau. Guck mal, jetzt läuft es doch. Hört die Schiffe hier auch machen. Ist mir immer ein Rätsel. Hintereinander fahren, tun die. Nicht? Was man hier vielleicht mal machen könnte, ist... Fischbruch. Nein. Ich muss die Straßenbahn da draufhalten. Von ihnen ist gar kein Stau drauf. Eine der wenigsten benutzen Brücken. Denn ich möchte da... Äh... No Pillars drunter machen. No Pillars. Ja, guck mal. Oh. Ähm. We need more Caterpillars. 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 Cater, Cater, Caterpillars. We need more Caterpillars. I love my Caterpillars. Nein, einfach nein. Do you like my decorations? So. Hast du eigentlich... Das hier ist... Das hast du gar nicht mitbekommen, ne? Das ist voll cool ausgetüftelt hier. Die, die von hier kommen, müssen 40 fahren, um drauf zu fahren. Die, die hier fahren, dürfen durchknallen. Damit die hier nicht aus der Kurve fliegen. Wenn die von hier kommen und runterfahren, dann gilt hier 40, dann müssen sie da auch schon 40 fahren. Ist das nicht cool? Oh. Au. Obwohl der jetzt auch langsam... Äh, warum ist das denn da? Ah, hier habe ich gesagt. Alle, die die... Alle, die die kreuzen, müssen langsam fahren. Deswegen. Also die, die hier, müssen auch langsam fahren. Aber wenn die hier gerade ausfahren, dürfen sie knallen. Das ist übrigens der, der hinten... Gesundheit. Der, der in einer Minute die Stadt wechselt. Gesundheit. Das ist... Der kommt von hier. Und joint hier auf das gleiche Gleis drauf. Da knallen sie. Und das hier habe ich umgebaut. Die einen fahren unten rum, die anderen oben rum. Oh, nein. Das habe ich alles... Da habe ich, glaube ich, ein Speed-Video von gemacht. Keine Ahnung. Das habe ich, glaube ich, mit aufgenommen. Wie findest du eigentlich den Tram-Bahnhof hier? Könnte ein bisschen bunt werden. Ja, aber... Ist so eintönig. Ja, aber deswegen habe ich ja das Grün rüber rum gepflanzt. Ja, das ist sehr schön. Na, vor allem, du hast überall deine eigenen Gleise. Und die Seilbahn, die hier auch wegfährt. Wo aber gar nicht mehr so viele Leute mitfahren. Naja. So, hat sich das hier hinten entwickelt. Oh, ja. Hier könnte man vielleicht sogar noch mal einen wegreißen und Geschäfte hinmachen. Guck mal. So. 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 Schmier, 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 schmier. Schmier, 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 schmier. Löwenzahn. Löwenzahn. Oh Gott. Ja, die hat momentan kurze Haare und sie ist echt voll ungewohnt. So, wie sieht es aus? Zwei Stunden Stream, null Uhr. Ich würde sagen... Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Pommasche. Findest du das nicht? Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Wer hat abonniert? Okay, guten Tag. Nein. 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 Oh, oh, oh. Gut, dass das nicht ins Auge gegangen ist, ey. Nein. Ah, hör auf. Nein. Rapp, rapp. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.